Eine bis dato sehr starke Runde legt der 1. FC Schwanford hin und grüßt verdientermaßen von der Tabellenspitze. Dieser Platz an der Sonne soll bei Fritz-Walterwetter vor 1.820 Zuschauern auch gegen die U23 des 1. FC Nürnberg verteidigt werden, zumal die Schnügel zu Hause auch noch eine blütenweiße Weste haben. Die Gäste in Weinrot haben sich aber im Vergleich zum durchwachsenen Saisonstart mittlerweile enorm gesteigert und sind ihrerseits seit sechs Partien ungeschlagen. Zunächst mal war beiden der Respekt voreinander auch durchaus anzumerken. Erst nach rund einer Viertelstunde der erste Warnschuss zu Gastgeber Richtung Nikolas Ortigl, der den Angebergers Versuch allerdings einen Tick zu hoch angesetzt. Die Unterfranken nahmen nun allerdings Fahrt auf 19. Minute. Starker Angriff über links, buterweiche Flanke von Martin Thomann auf den Kopf von Sebastian Müller, der zum 1 zu 0 einnickt. Achtes Saisontor des Neuzugangs aus Fürth. Schweinfurt damit im zwölften Saisonmatch auch zum zwölften Mal in Führung. Und sie blieben gleich droben auf dem Gaspedal. Im nächsten Angriff geht's wieder über links. Diesmal flach zurückgelegt von Thomann auf Joshua Endres, der das Ding rechts oben in den Knick jagt. Doppelschlag der Schnügel binnen 60 Sekunden. So agiert ein Tabellenführer. Nürnberg auch drei, vier Minuten lang durchaus angefasst. Dann fingen sie sich jedoch wieder und erspielten sich die ein oder andere Offensivaktion. Die beste in der 33. Minute, als Benedikt Kirsch aus kurzer Distanz an Lukas Schneller scheitert. Wichtige Parade des FCS Schlussmachs. Bis zur Pause nun ein gleich verteiltes Match. Auf beiden Seiten fehlte jedoch die letzte Konsequenz. Deshalb ging's mit dem 2 zu 0 in die Kabine. Aus der Pause raus, die Hausern etwas behäbig. Die Klubberer suchten ihre Chance. Jakob Minntal zieht in der 50. Minute ab. Und der gut stehende Schiedsrichter Johannes Hamper pfeift Handspiel von Luka Trislic und demzufolge Strafstoß. Das ist eine Sache für Uce Obiogumo. Mit etwas Glück verwandelt zum Anschlusstreffer. Schon gegen Hankoven hatte der Neuzugang aus Hoffenheim vom Punkt getroffen. Jetzt also wieder jede Menge Spannung drin. Die Schnüdel wollten diese natürlich gerne wieder rausnehmen. Nach genau einer Stunde wird Endres perfekt freigespielt. Noch ein Haken, doch dann schießt er den Kopf von Sofjani Kene an. Da wäre mehr drin gewesen. Die Gastgeber nun aber schon wieder Dominanter. Und in der 73. Minute schickt Thoman Endres auf die Reise. Der schließt aber nicht selbst ab, sondern legt nochmal mit viel Übersicht zurück zu Thoman, der nach zwei Vorlagen bei den ersten beiden Toren nun selbst zum 3 zu 1 trifft. Ganz stark herausgespielt vom Spitzenreit. Das sah nun doch schon sehr nach Vorentscheidung aus. Zumal von den Klub-Youngsters kaum noch was nach vorne kam. Stattdessen verpasst Müller in der 81. Minute die endgültige Entscheidung. Doch aufgeschoben war in dem Fall nicht aufgehoben. Fünf Zeigumdrehungen später kann Ortigl einen Freistoßhammer des eingewechselten Christian Böhnlein nicht festhalten. Und Böhnleins-Joker-Kollege Patrick Hofmann stoppt ab zum 4 zu 1-Sendstand. Damit also das Zahnehäubchen obendrauf auf den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel für die Schnühl. Am Ende des Tages verdient der Sieg für uns. Trotzdem war es in der einen oder anderen Phase heute durchaus kompliziert, weil wir die Gegner immer wieder zu Situationen einfach eingeladen haben, weil der Klub es aber auch über weite Strecken richtig gut gemacht hat. Ja, was definitiv für unsere Mannschaft spricht. So nach dem 2 zu 1, du kriegst den Gegentreffer kurz nach der Halbzeit, wie die Jungs das wegsteckt haben, dann wieder nach vorne gespielt haben. Das ist das, wovor ich heute am meisten den Hut sehe. Von daher sind wir sehr glücklich über den Auftritt. Vor allem in der ersten Halbzeit bekommen wir die Tore zu einfach. Ja, wir müssen den Anschluss schon in der ersten Halbzeit machen. Okay, ich fand die erste Halbzeit meiner Mannschaft war wirklich gut. Ja, auch die zweite, da kommen wir richtig gut raus, machen den Anschluss. Für mich war das auch der zweite Elfmeter. Ja, pfeift er nicht. Gut, das dritte verteidigen wir wieder schlecht. Und okay, das vierte, das war dann eins zu viel. Der Höhenflug des 1. FC Schweinfurt geht also weiter. Mit nunmehr 30 Punkten aus zwölf Partien haben sie sich nun doch schon einen kleinen Vorsprung an der Spitze erarbeitet. Der Klub Youngsters verlieren dagegen erstmals seit sechs Spielen wieder und müssen auf Besserung am Sonntag im Derby gegen Fürth hoffen.